Ich bin hier mit meiner Familie, meiner Frau und unserem jungen Sohn, vor kurzem ein Jahr. Wir waren ein wenig apprehensive, als wir zuerst verabschiedeten. Wie würden wir uns in die lokalen Gesellschaft integrieren? Wie funktioniert ein lokalisches Schulsystem? Würden wir einen guten Zirkel von Freunden machen? Und wie schnell würde das dauern? Was für mich über Deutschland war, waren die verschiedenen Pillen, die, ich muss sagen, es dauerte mir lange Zeit, um mich zu erinnern. Dann kommen natürlich die nächsten Fragen. Welche Versicherungen sollen wir abschließen? Und welche Krankenversicherungen? Wie sollen wir uns absichern? Sollen wir privat oder halbprivat? Mit wie vielen Franchisen sollen wir unsere Versicherung abschließen? Und was bedeutet überhaupt Franchise? Wir mussten uns nachdenken. Was sind unsere Gäste für die Zukunft? Was passiert mit unserem Leben in den weiteren Jahren? Können wir unser Leben, nachdem wir ins Rentenalten sind, genau in diesem Stil weiterführen? Und wir brauchten Hilfe für das, wenn wir hier erst geblieben sind. Wir sehen uns. Mit uns! Untertitelung des ZDF, 2020